Guten Tag, in letzter Zeit sagt er kommt es mir so vor als würde das Leben immer schneller werden einmal kurz nicht aufgepasst und schon bin ich wieder im Krankenhaus aber keine Sorge es geht mir gut sagt der Sänger der Grund könnte blöder nicht sein als ich bei unserem Haus die Regenrinne putzen wollte fiel ich plötzlich von der Leiter und direkt in einen Blätterhaufen die Landung war nicht so weich wie ich gedacht hatte aber zum Glück hat meine Frau gleich die Rettung gerufen und sie haben mich zur Überprüfung in das Krankenhaus gebracht aber bis auf eine leichte Prellung am Oberschenkel ist mir nicht viel passiert ich muss jetzt nur ein paar Tage zur Überprüfung hierbleiben und dann kann ich wieder nach Hause zu meinen Liebsten der Sänger sagt man muss immer und überall aufpassen sonst ist es schnell passiert aber Gott sei Dank hat ein Schutzsängel auf mich aufgepasst der Niederländer wird in Zukunft für solche Arbeiten eine Firma beauftragen sagt er und lässt lieber die Profis ran nicht dass ihm das noch ein zweites Mal passiert und dann mehr passieren würde